Herzlich Willkommen zur großen Geburtstagsfeier von Vogel Business Media, 125 Jahre und es war Anlass genug für uns, mal die legendäre Sachs-Franken-Klassik-Rallye zu uns auf den Vogel Campus einzuladen. 180 Oldtimer im Minutentakt, fahren übers Gelände werden vorgestellt und warum? Weil wir seit über 100 Jahren auch Fachzeitschriften rund um das Thema Automobil haben. Ja, war eine tolle Veranstaltung, sehr gut organisiert und man lernt wirklich hier das Frankenland kennen, auf ganz andere Weise. Man fährt Straßen, wie man sonst noch nie gefahren ist, selbst als Einheimischer hier. Besonders spannend finde ich hier an dieser Veranstaltung, dass wir eben verschiedene Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen, aus verschiedenen Baujahren in einem Durchzug quasi hier haben. Finde ich einfach super. Bei uns macht es sehr viel Spaß. Wir sind ja extra aus Main-Penheim jetzt hier angefahren und genießen den Tag, haben die Bratwürste auch schon gekostet und macht Spaß. Die Moderation ist gut, alles bestens. Das Spannende ist eigentlich diese englischen Sportwachen, die ich gerne sehe. Also diese Rallye führt wirklich durch tolle Landschaften. Dann ist sie sportlich, sehr gut organisiert. Es macht also auch Spaß und ein bisschen wettkampfmäßig die ganze Geschichte zu betrachten und nicht nur einfach die Landschaft, sondern sagen ja, wir müssen uns mit anderen Leuten messen. Man sieht ja, jeder freut sich, dass man mit dem Auto vorbeikommt und das gefällt einem natürlich auch sehr gut. Aber die Menschen sind sehr nett. Ja, sie sind sehr nett. Auf dem Weg ist Rand und man hat das Gefühl, man ist hier Gast. Das ist ganz toll. Ich war überrascht, dass so viele Menschen da sind. Da habe ich nie gedacht, dass hier so viele kommen auch. Und es gibt doch sehr viele Sportbegeisterte anscheinend. Ja, macht Spaß. Das ist das war's. Du hast du jetzt. Nachバat, du hast du dich. Ich war so mein gut. Das ist das war's für deine Kinder. Ich war's für dich. Ich war's für dich. Und ich war's für dich.